Meine Name ist Gabriele Holland, ich bin Sekretärin bei Leute Heute, dem Unterhaltungsjournal mit Nina Ruge. Und kriege lauter Anrufe von tollen Männern, die Nina ein Interview geben wollen. Alles wird gut. Wir sehen uns wieder. Leute Heute. Ab 3. Februar, immer Montag bis Freitag um 18.45 Uhr im ZDF. Da tut sich was.